Der ist da! Hier ist IPS für Mrs. Susan Horowitz. Ich habe gehört, dass die Menopause schon in den Zwanzigern einsetzen kann. Hey, Bad- und Körperpflege, Sie haben wohl was Besonderes vor. Schön für Sie. Wo muss ich quittieren? Hier, wenn's recht ist. Oh mein Gott, der Fernseher ist da hochauflösend. Ja, ich denk schon. Na, wo ist die Erdnussfutter? In der Speisekammer! Ganz unglaublich, das ist ja... Als stünden die Leute direkt hier im Wohnzimmer. Da ist keine! Dann ist sie eben alle, klar? Wird der Superbowl hochauflösend übertragen? Das müsste er eigentlich, oder? Was meinen Sie? Ich hab keine Ahnung, mein Mann ist derjenige... Ma! Wenn du mich noch einmal nach dieser dämlichen Erdnussbutter fragst, dann explodier ich! So, war's das jetzt? Wir reden über Menopause und ich bin hypnotisiert. Mama, halt die Klappe! So rumwerfend! Ich kann diese Strafzettel niemals bezahlen. Die werden rausfinden, dass ich ein Betrüger bin. Es ist vorbei, vorbei. Aber Smitty kümmert sich doch noch um meine Strafzettel, oder? Es gibt keinen Smitty mehr, du verrückter alter Mann! Ich verfluche den Tag, an dem ich den achtfingrigen Schlachter kennengelernt habe. Und was, wenn ich Smitty selber anrufen würde? Halt die Klappe! Das war der Tag, an dem ich mich entschloss. Ich trage nie wieder ein Haltstuch. Tolle Geschichte, Dad! Danke! Dieser Kerl ist sowas von irre, mein Pap. Ich liebe ihn. Ich liebe meinen bescheuerten Pap. Okay, hier ist mein Wort. Puss. Elf Punkte. Puss, hm? Gutes Wort. Okay. Ich bin dran. Puss. 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 Ich hab da eine witzige Geschichte mit Puss. Halt die Klappe! Halt die Klappe!